Frage beantwortet Ich bin hier eigentlich zwei Was ich was hatte Wir fluchen wieder zwei Blöcke weiter nach oben Junge, es wird kein Turm Die Höhle wird so bleiben Ey das Schweinchen folgt mir Schweinchen komm mit Komm mit in die Tiefe Komm mit Wir erkunden diese Höhle gemeinsam Komm mit Schweinchen Ja, folge mir Ich hab zwar keine Karotten, aber folge mir Ich brauch noch mehr Eisen Sex, Robert, Sex, Robert Sex, Robert, Sex, Robert Dieses Schweinchen wird sicherlich nachher auch wieder irgendwo unter unserem Dorf auftauchen Analabtreib Dann geht kack Cool Oder Oh lol Oh lol, ich kann nicht in mein Haus rein Das ist so scheiße Gucken zu viele Freunde Cool, da hast du ein schönes Haus von Anchi Ist das glaube ich, ne? Ich glaube da kann ich bei Freunde loswerden Anchi, bist du da? Dumtidu Natürlich Oh, hier ist schon ein Ende Oh, hier ist schon ein Ende Die jamaikanische Bobmannschaft Die jamaikanische Bobmannschaft Oh, hier ist echt schon ein Ende Das war krass, war nicht besonders groß Das ist ein Buch Diese Höhle Mh-hm Aber hast du eine ganze Rüstung anchi, ja? Ich stand direkt neben dem Creeper Aber warum hast du eine Rüstung? Ich hab eine, ich hatte den nur nicht an Was der Hm Das ist jetzt hier weniger reichhaltig als ich dachte Sex, Robert Sex, Robert Sex, Robert Okay, ich muss mich bei irgendjemandem verglichen Guck mal, da sind wir da unten Nicht bei mir Okay Ich mag meine Menschen Jetzt sehe ich die Gesellschaft von Zombies Dann gucken wir mal, ob hier unter vielleicht noch irgendwas ist Ja Genau Oh Gravel Ich hab nichts mehr zu essen Wie wir War gerade noch persuader Wie ein Creeper hinter mir, als du so Das zugemacht hast Dü addo So, ein Üfchen Dann sitzen direkt da drüber Schmeißen wir noch ein bisschen Kuhle rein. Super geil. Und das Fleisch. So, und so lange buddeln wir jetzt noch weiter. Ich sollte mal ihre Einfolge hier ändern. Wesentlich besser. Wesentlich besser als wenn es anders wäre. Aha. Oh, da kommt direkt ein Freund. Hallo. Es ist heute Nachts, ja, ne? Ja. So. Ich hab ja ne Uhr im Winter. Oh. Nein. Okay. Das war weniger schmerzhaft als gedacht. Hm. Wie weit nach dem Bauch ist das denn? Was? Krieg rein. Krieg rein. Ja, okay, ich weiß. Ja, okay. Hallo? Ist das jemand? Das war eine Wolle, die man versprochen hat. Ja, ja. Ich bin bald da. Boah, hier ist gleich erst mal richtig. Oh, meine. Dankeschön. Ist das ein Spawner? Ne. Seht nicht so aus. Schade aber auch. Machen wir eigene Aufnahmepause? Zwischendurch? Ich hab schon gesagt, ich weiß nicht, weil wir angefangen haben. Ich müsste... Wir haben gegen 20 vor, glaub ich, angefangen. So spät erst? 20 vor? Ja. Ne. 18 vor. Ja. Ja. Wir haben erst 18 vor 9. Ne, 20 vor 9 haben wir angefangen. Karsten ist, glaub ich, nicht anwesend. Ne, Karsten ist, glaub ich, nicht anwesend. Ne, Karsten ist, glaub ich, nicht anwesend. Ne, Karsten ist, glaub ich, nicht anwesend. Trotzdem, entschuldige mich für den Zuschauern. Sehr leid. Hallo, wer bist du denn? Aua. Fuck you. Boah, Luca, all diese Einstellung. Wie könnte ich dich schon wieder schlagen? Ich würde Lukas mal richtig krass flamen, glaub ich. Ich würde mir aber wehtun. Also diese Folge werde ich einen Kommentar schreiben. Was würdest du denn schreiben? Oh, da bin ich wieder. WB. WB. Hab ich irgendwas tolles verpasst? Ja, Wörter hat gerübst. Ja, Wörter hat gerübst. Es hat mich entschuldigt. Ja, das war auch nicht so schlimm. Es war auch nicht laut und eklig. Es war klein und süß. Ja, danke. Könnte auch wie sein Nämme. Als wenn Senior ein Rüpfel pupst, ne? Genau so ist es. Ja, kann man nichts machen, ne? Ne, machst du echt nichts. Auf jeden Fall, ja. Wart raus, muss, muss raus. Ja, was ist keine Mittezeit, muss raus. Ja, dabei bist du ja dabei. Oh, da ist noch mehr Eisen. Kann mir jemand sagen, wenn Tag ist? Ja, ist Tag. Ist wirklich Tag? Ja, ist Gott Tag. Es wird grad Tag, das ist sehr gut. Passt, hast du die Hälfte. Muss ich mich mal auf dem Nachhauseweg machen. Babi, du bist in meinem Haus noch gar nicht. Doch hab ich schon. Nein. Oh, ist gut. Ja, gut. Jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber... Weiß ja, hier ist so ne mega fette Kohle, aber optimal. Ich bin jetzt grad noch neugierig, was hier ist. Ja, okay. Hier ist nichts. Sehr schön. Wir sind wendemäßig an der gleichen Stelle. Was ist denn, dass der Mond hat für Höhlen? Äh. Ist ja gar nichts los. Diamanten! Stimmt, weil... Willst du mich verarschen? Wie viele Tiers findest du? Hier geht's auch noch weiter. Was denn? Ah, da war ne Sprengung. Da sind gerade überhaupt keine irgendwie. Guck mal, da kommt schon einer. Der begeistert. Hallo? Ja! Oh! 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 Fick die Spiele! Oh! Oh! Alter Junge! Oh! Diese Gefilde sind gefährlich! Alter Vater! Oh! Alter! Was sind denn das hier für Caves, ey? Ohne Spaß! Fuck! Jetzt mal ernsthaft! Ja, da muss er kichern! Hehehehe! Hehehehe! Musst doch auch einfach kichern! Hehehehe! 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 Spack, ey! Sex, Robert! Sex, Robert! Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch mehr Eisen mitnehmen will, ey! Sex, Robert! Sex, Robert! Sex, Robert! Sex, Robert! Sex, Robert! Sex, Robert! Da geht's noch weiter. Aua! Aua! Jetzt auch noch weiter. Nein! Nicht verbrennen! Aua! Es tut so weh! Ich glaube, hier ist es echt uninteressant, irgendwie. Ja! Jetzt noch das Eisen hier. Das Schlimmste, was mir hier begegnen kann, ist ein Creeper auf Ecstasy oder so. Na, Leute! Die tauchen ja auch jeden Tag auf. In der Tat. Sollte man nicht unterschätzen. Oh, hallo! Hallo, lieber Knochenmann! Schau mich nicht so böse an. Ich will auch immer artig sein. Was ist denn das jetzt? So. So, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Jetzt geht das Rätselrat wieder los. Von da unten. Bin mir ziemlich sicher. Boah, bin ich langsam. Na, vielleicht auch nicht. Da ist es dunkel. Dunkel. Moment. Oh, dunkel. Da. Da. In meiner Hose ist dunkel. Bei großer Schatten und so. Ja, hier war die Lava, okay. Ja. Das heißt, ich bin von da oben gekommen. Weißt du nicht, wie der Wüßensverhältnisse sind? Da steht noch ein Freund. Freund und Kupferstecher. Ich lass' ich da so stehen. Ich bin heute nicht willig, sie mit mir ziehen zu lassen. Tschüss. Das heißt, Ofen und Workbench kann's behalten. Hehehe. Lol. Jetzt sind hier zwei Schweinchen in der Höhle. Schweinchen in der Höhle. Ja, treibt es hier drin nicht zu hart, meine lieben Freunde. Oh, da kommt einer. Back here. Okay, ich muss mich ja gleich hochbauen. Ne, doch nicht. Komm mal was abbauen. Zack, zack, zack. Uh. So. Uh. Uh, Endpunkt. Jaaaa. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Von da hinten irgendwo. Endpunkt. Von draus vom Wald, da komm ich her. Und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. So, Julian, deine Hantel müsste ich hier auch mal ziehen. Deine Mutter ist sehr schwer. Deine Mutter ist sehr schwer, oh ja. Virgil, brauchst du noch Kakteen? Nein, hab schon genug. Sehr gut. Kakteen. Oh, ich hatte voll den Lack. Oh, komm da. Komm da. Komm da. Komm da. Oh, komm da. Äh. Sollte ein bisschen was anlöst. Wir dueln dieses Wort den ganzen Seite auf der Zunge liegt, ey. Un-fucking-fasper. 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 Ich muss erstmal meinen langen Strip-Mind-Gang wieder entlangstratzen. Das soll so tatsächlich. Hast du eigentlich hier diese Fischer gefunden, die das End markieren? Was? Du hast endlich Silberfisch an Naulgarten. Richtig gefunden habe. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Bin ich auch der Mordung. Und außerdem gibt es die seit 164 oder so gibt es die auch in den Bergpion, ganz normal. Extreme Hills nur. Ja, richtig. Alter, ernsthaft wird, dass jetzt wirklich die Charakterien vor sein Haus gemacht hast. Das liegt aus meiner Meinung, ja. Na, was ist denn das hier? Ich finde, das ist okay so. Das ist ja erstaunlich. Ich finde es mit den Charakterien an sich auch in Ordnung. Ich habe die Charakterien an sich auch in Ordnung. Ist okay. So lange, bis die Stadt richtig abgegrenzt ist von Monstern und sowas. Oh ja. Das wird ja eine Zeit der Scheude. Alter, wo ist das passiert? Wer ist denn gleich mal willig, mit mir eine Lagerhalle zu bauen? Bei mir nicht. Bei mir ist jetzt hier gerade... Können wir gleich machen, Fabian. Wenn ich dann irgendwo mal aus dem Strip-Mind-Gang wieder rauskomme. Ja, ich muss auch erstmal zurückfinden. Zurückfinden wird kein Problem, aber... Also, ich bin gerade auf eine Druckplatte getreten und dann ist irgendwas explodiert. Und die war von meinem Haus. Nein! Nein! Ich fand es nicht. Hä? Äh? Ich dachte, vor der Maus ist... Nein, ich bin auf die Druckplatte getreten und danach hat sie über einen Creeper und dann ist irgendwas explodiert. Ich weiß nur nicht was. Ja, das war doch locker TNT. Verspannende sind? Ja. Wo ist denn jetzt was explodiert? Ja, weiß ich ja nicht. Ah. Mann, in meinem Haus auf keinen Fall nichts. Soll ich jetzt geh doch mal gucken, wo die Leitung hinging. Ähm, wenn da eine Leitung unterliegt. Ohhhh. Ohhhh. Muss ich mir auch freuen. Ist da irgendwas? Was ist der? Ne, warte, ich glaub hier runter. Alter, was sieht hier... Das sieht hier aus, als wenn ich eine Bromber eingeschlagen hätte. Hier ist eine Höhle unter. Ja, ja, das muss ich mir auch noch, aber... Geh mal bitte wegzuhören. Ist doch cool. Wow! Okay. Definitiv. Ja? Ja. Okay. Die hat eine TNT. Warum schminkt die alle rein? Okay. Ja, dann lass mich mal rausbuddeln. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Ja, Luca, lass mich verarschen. Ich hab keine Spitzhacke. Ich hab keine Spitzhacke. Ja, Luca, lass mich verarschen. Ich hab keine Spitzhacke. Ja, ich hab keine Spitzhacke. Wir sehen, was jetzt abgeht. Ja, hier ist bei mir unter dem Haus, das explodiert, weil da irgendein... Julian, warst du das? Ich weiß, wer es war. Oh, hallo. Hey, jetzt weiß ich auch, wer es war. Das denn? Willst du mal zu mir rumkommen und sehen, wie viele Koppelzons ich mir momentan hab? Und mir erzählen, dass ich das nach meinem Tod da eben nicht gefärmt habe? Carsten... Ich glaub, Carsten könnte mir nicht so böse sein. Ich hab denen da geholfen. Ja, hilft jetzt hier auch noch einer raus oder so? Oh, machst du das nicht selbst? Ich würde das liebend gerne tun, aber... Äh, weil ich hier eine Spitzhacke hab vielleicht? Haha, so. Haha, so. Ich hab Spaß beim Überlebenden. So, ich glaub den Berg hier kenn ich noch. Hallo. Dudidu. Ne, ich bin inzwischen total. Julian. Ach ja. Kannst du da oben einfach über den Block hier über mir wegmachen? Julian sagt gar nichts mehr. Ach, Julian hat sich auch gemutet. Oh nein, warum hab ich nicht gemutet? Das ist ne gute Frage. So, jetzt hab ich mir irgendwas in meinem Haus weggenommen. Ah ja, ich weiß warum. So, jetzt bin... Nein, jetzt hab ich gar keine Pfeile mitgenommen. So, Herr Virgil hat das TNT und irgendwas kaputt gemacht. Ja, das TNT war unter meinem Haus, aber es war zu tief, ohne dass es was kaputt gemacht hat. Das war ein Anschlag. Ah, das war dann wohl Fail-Anschlag, ne? So, wo ich überhaupt Virgil ins Haus? Hier, neben dir, rechts. Der Steinklops. Hier. Warte mal. Da lebt die Witch immer noch? Die Witch ist nicht mehr... Nein, ich hab keine Stände, um mich rüberzubauen! Ohhhh! Die Witch ist weg, Leute! Das ist auch nicht so schwer, so eine Witch zu besiegen, ehrlich gesagt. Nein, Fabian, Fabian, du verschließt die Lage nicht! Ne, verstehe ich auch nicht. Ich stand, ähm... Da war ein Narwanzfluss dazwischen und ich war über der. Ach so! Hallo! Und ich hatte keine Pfeile mehr! Ah, hier ist, hier ist, hier ist dieses kleine Gebilde. Alka! Popok! Wir sind jetzt Dias! Hallo! Wir sind Hühner! Wir sterben! So! Ausdachten! Alter, wie viel Fuck! Ausdachten! Mit? Ich weiß, Leute! Ja. Ohne Scheiß, wer war das? Ich dachte, du weißt, was war das was? Hast du nicht gerade gesagt, wenn ich war's? Was hier hinten? Komm mal hier hinten! Komm mal hier hinten! Ich bin nur ein paar Tage. Unverständlicher! Da ist sie auch! Ja, einer hat die Steinsäule weggerissen! Ich hab's nicht gewesen sein! Ich wette, dass das irgendein... Ja, ey... Wenn ich keiner zugeben muss ich leider alles schreien! Was ist das? Warum? Hier hat er alles weggesprengt! Das war wahrscheinlich ein Creeper! Nein, das war kein Creeper! Vielleicht war das ja auch Anche! Okay, sie fragte hier eben noch eine Ratszone! Uh, Sherlock kombiniert! Ich bin immer noch am Weg zurück! Jetzt machen wir bisschen einen TTT! Hat irgendeiner, hat irgendeiner Holz für mich? Nope, hab nix! Ich hab nur das Sauvannenholz da! Danke, Fabian! Bitte schön! Du bist korrekt! Lukas, gleiche Bäume nehmen wir abholzen! Nein! Muss ich nur Steindinger bauen! So, jetzt muss ich hier nochmal eben meine Farm abernten! Alter, ich lebe in der Wüste! Oh, warum sind hier keine Dias? Alter, ich finde so viel Eisen! Wenn ich so viel Eisen finde, würde Dias... Ja, Lukas, ich hab neun Dias gefunden bis jetzt! Ich war... Ich hab jetzt ein... Einstrip mein Gang! Der ist so unfair! Ich hab' es mir öffert! Wie sieht es aus? Da ist mir ein bisschen loneliness! Das war's! Und da war's, wöde mich? Und das war's.